Wahrscheinlich denken wir jetzt wirklich so, ey, Dude, ich gehe jetzt besser raus. Das tut dir nicht gut. Ich war sieben Tage in kompletter Dunkelheit, sozial isoliert und ohne Kontakt zur Aussenwelt. Was für viele wie der schlimmste Alterraum klingt, wird an wenigen Orten weltweit in sogenannten Dunkelretreats angeboten. Wenn mir wirklich alles wegfällt, dann kann es so ganz bei dir sein. Mehrere Tage bis Wochen, wo man sich allen visuellen Reizen entzieht. Das soll zu tiefen Selbsterkenntnis führen. Für mich war es eine der tiefsten Erfahrungen, die ich so in meinem Leben gemacht habe. Mind blown. Ich bin selber in so einem Retreat ins Appenzell, wo ich an mir herausfinden wollte, was das mit einem macht. Sie werden Halluzinationen haben. So, als würde ich im Kino von meinem eigenen Leben sitzen. Ich würde es wirklich nicht jedem empfehlen. Absolut nicht. Oh, fuck. Wirklich mega... ...crazy. So, sieben Tage Dunkelretreat. Let's go. Ich habe jetzt alles gepackt und... jetzt geht es auf Appenzell. Vielleicht kennst du Schweiger-Retreats in einem Kloster, wo man meistens eine Woche lang sehr viel meditiert und auch nicht reden darf. Ein Dunkelretreat ist quasi das, einfach in einem komplett dunklen Raum und ohne andere Leute. Das ist eine absurde Vorstellung, dass ich jetzt einfach... in sieben Tagen kein Licht wieder sehen will. Heisst auch, das Handy brauchen geht nicht, Lesen auch nicht, Musik hören darf ich auch nicht, es gehe darum komplett frei von allen äusseren Einflüsse zu sein, damit ich meine Innenwelt besser sehe. Aus klinischer Sicht möchte ich aber wissen, ob das auch heikel sein kann und habe eine Woche vorher den Psychotherapeut Arnold Witwer getroffen gehabt. Ich würde sagen, für einen psychisch stabilen Menschen sehe ich jetzt nicht unbedingt grosse Gefahren drin. Vor allem auf dem Hintergrund, dass man das abbrechen kann jederzeit. Sie haben doch noch ein höheres Mass an Autonomie, also gesessen kommt regelmässig. Sie haben kleine Tagesstrukturen im wichtigsten Sinn. Gefahren, die kommen können, sind so... Unser Hirn sucht immer Input. Wir leben in einer Zeit, in der wir fast ein wenig zu viele Input haben. Das Hirn fährt aber nach einer gewissen Zeit selber an zu produzieren. Das heisst, sie werden Halluzinationen haben. Ok. Also akustische, optische. Und das kann Angst machen. Das kann aber auch euphorisieren. Das ist eine ganze Palette von Gefühlen. Vor, dass ich mich anmelden konnte, hatte ich mit der Leiterin des Retreats ein Gespräch am Telefon. Sie hat mich dann als psychisch stabil eingestuft und mir ein Anmeldenformular geschickt. Dort musste ich unterschreiben, dass ich mich fit genug fühle für sieben Tage Dunkelheit. Und da ist Gefahr schon aus meiner Sicht da, dass man dann halt einfach zu lange drin bleibt, zu lange sich seinen eigenen Ängsten aussetzt. Also ich würde es wirklich... Ich würde es nicht jedem empfehlen. Absolut nicht. Also man muss wirklich den Mut haben und sagen nach zwei Tagen, nein, das ist wirklich nichts für mich. Ich habe mir zwar das Ziel gesetzt, habe es jetzt nicht erreicht, aber das ist nichts für mich. Ich will und muss da raus. Ja. So, ich bin jetzt da im hintersten Krachen aus dem Mappenzell. Ähm... Das ist jetzt schon fast ein Darkness Retreat mit dem Nebel. Nach dieser halben Weltreise hierher treffe ich dann oberhalb von Hause die Frau, die das Retreat leiten wird. Corinna Ehling. Hoi Corinna, salut! Danke vielmals. Mit mir werden nur sieben andere Teilnehmende diese Woche verbringen. Alle bekommen ein einzelnes Zimmer, das komplett abgeklebt wurde, damit absolut kein Licht reinkommt. Nach einer Dunkel-Retreat-Betreuerin-Ausbildung leitet Corinna seit zwei Jahren so Retreats zusammen mit ihrem Partner, Freddy. Was würdest du sagen, was ist so der Grund, wieso die Leute hierher kommen? Ja, das ist ganz verschieden. Viele wollen einfach mal eine Auszeit offline sein, kein Handy. Und ein Rückzug ins Dunkel ist auch sehr etwas Heilsames. Du hast wirklich keine Ablenkung, vor allem auch keine visuelle. Also wenn wirklich mal alles wegfällt, dann kannst du so ganz bei dir sein. Eigentlich habe ich gedacht, dass Tier-Retreats alle recht neu sind, weil online habe ich nur knapp 60 Dunkel-Retreats gefunden, die weltweit angeboten werden. Drei davon in der Schweiz. Während meiner Recherche finde ich dann aber heraus, dass der Rückzug ins Dunkel, eine Jahrtausend alte spirituelle Tradition bei den Mönchen von Tibet, in indigenen Völkern und bei den Kelten und Truiden ist. Das Retreat kostet 2100 Franken für insgesamt neun Übernachtungen. Für das Geld kann man auch einfach das Licht zuhause ausschalten, aber dann wird nicht dreimal pro Tag für dich gekocht und eine Betreuung hast du auch nicht. Mit den meisten Leuten, die ich so gesprochen habe, war immer die Antwort gewesen, wow, nein, das ist ja Horror, nein, das würde ich nie machen, nein, das könnte ich nicht. Was denkst du, wieso stosse das auf so viel Widerstand? Ja, einerseits, weil wir in einer sehr aktiven Gesellschaft sind, wir sind überhaupt nicht gewohnt, einmal innezuhalten. Was machst du denn nur schon mal eine Stunde ohne das Handy, oder? Also das ist ja wirklich ein Riesenthema. Und dann andererseits auch viele Leute haben einfach wirklich Angst vor der Dunkelheit. Okay, aber warum? Weisst du, irgendwelche Geschichten vielleicht noch, die wir als Kind gehört haben, die Märchen vom Bösen, weiss ich nicht was in der Dunkelheit, oder irgendwelche Ängste sind da noch mit dieser Dunkelheit verknüpft. Und darum finde ich erst recht. Weil Dunkelheit ist eigentlich etwas ganz Normales. Durch die massive Lichtverschmutzung in der Nacht kennen wir das gar nicht mehr. Am Abend bekommen wir die wichtigsten Informationen für unsere Woche. Zum Beispiel, wie wir wissen, dass sie Essen vor unser Zimmer gestellt hat. Und nach ein paar Tagen sind wir schon konditioniert, immer wenn das kommt. Und auch sagt sie, dass wir jederzeit einen Notfall läuten können, wenn es etwas gibt, oder man mit jemandem reden möchte. Und wirklich getrauen euch zu Leuten und nicht denken, ich muss das alleine schaffen. Damit die weiteren Teilnehmenden sich auf sich und die Woche konzentrieren können, fühlen wir sie bewusst nicht. Zusammen essen wir dann nachts, ich gebe mein Handy ab, meine Lichtschalter werden von Freddy und Corinna abgeklebt und schliesslich kommen wir nochmal in Kreis zusammen, vor, dass wir dann einzeln ins Zimmer gehen, um das Kerzchen auszublasen. Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Ciao, Corinna. Ciao, Corinna. Okay. Sieben Tage. Fängt jetzt an. Als erstes muss ich mich mal in der Dunkelheit zurechtfinden und mir den Raum anfangen zu merken. Das ist mein Zimmer. Hier. Und vermutlich werden euch jetzt so Fragen, aber es ist ja mega hell und da irgendwo hinten hat es noch so ein Licht. Das ist alles infrarot. Infrarot Licht. Darum habe ich auch diese Brille hier an, weil man sieht es trotzdem so ein bisschen auch da auf der Kamera hat es so ganz, ein leicht rotes Licht. Man sieht, glaube ich, hinten auch so meinen Schatten. Und man denkt wirklich so, ja, es ist... Was tust du so? Es ist ja mega hell, Robin. Dass man sich das einfach bewusst ist, bei allem, was ich sage, es ist komplett dunkel. Ich glaube, ich gehe mal schlafen und dann mal schauen, was den morgigen Tag so bringt. Ich bin sehr müde und viel gibt es wirklich nicht mehr zu tun. Wie spät es ist, als ich dann wieder verwachen, weiss ich nicht. Also, ich bin jetzt wieder wach. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich geschlafen habe. Es könnten sieben, zehn, 15, drei sein. Aber was spannender war, ist, dass ich mega viel träumt habe. Ich träume sonst nicht so viel. Und jetzt habe ich wirklich so drei, vier Träume, wo ich noch recht klar mich daran erinnern kann. Ich gehe mal schauen, ob es jetzt etwas zu essen oder so. Vielleicht finde ich dann raus, wie spät es ist, etwa... Nein, aber ganz ehrlich, eigentlich ist es ja wirklich scheisse, egal, wie spät es ist. Ich habe definitiv noch nicht zum Morgen Zeit zu haben. Fürs Essen holen, leiten wir so hier die Brille an und holen dann das Essen vor dem Zimmer ab. Essen gibt es zweimal am Tag, am Morgen, zum Morgen und zum Mittag zusammen. Fürs Zmorgen bekomme ich Haferflocken mit Früchten und Joghurt und einen Smoothie. Fürs Zmittag einen Salat mit Brot, Käse und Picknick-Eiern und um die Nacht verschiedene gekochte Gemüse zusammen mit Reis oder Guinoa. Auch wenn es eher einfaches Essen ist, fällt mir auf, wie viel intensiver ich es da in der Dunkelheit wahrnehme. Also schon vieles bewussteres Essen viel längsamer. Vor allem einfach auch oft, wenn ich allein am Essen bin, bin ich irgendetwas am Schauen oder am Machen oder am Hören und dann wird das Essen so etwas zur Nebelsache. Und jetzt ist das Essen so eines der grössten Highlights vom Tag. Weil ausser Essen habe ich nicht viel anderes zu tun. Trinken, meditieren, einfach rumliegen, duschen oder Sport machen. Das ist in der Dunkelheit aber nicht so einfach. Ach! Normale Sachen brauchen auch viel mehr Zeit. Von Kleider aussuchen, Zahnpasta dosieren bis zum normalen Umlaufen. Dauer Stuhle. Hä? Wenn ich irgendwo verloren bin, versuche ich mich anhand der Matte zu orientieren, die ich mitten im Raum am Boden angeklebt habe. Und es ist vielleicht auch schwierig zu vorstellen, wenn man das so schaut, weil man sieht ja mich. Aber ich sehe so gar nichts. Ich schaue einfach da so ins nichts raus. Das Hirn während dem Ganzen rumliegen und nichts machen, einfach abschalten, finde ich noch schwierig. Ich bin immer so aufs Nächste fixiert. Auch wenn das Nächste nichts machen ist. Ich habe trotzdem in meinem Kopf einen Plan von okay, als nächstes mache ich nichts. Und während ich nichts mache, denke ich, okay, als nächstes könnte ich meine Hände waschen. Okay, dann bin ich am Händen waschen. So, jetzt hole ich, glaube ich, mal den Teechrug und fülle mir Tee auf. Und es ist alles so. Okay, mhm. Okay, Aktion gemacht. Was ist Nächste Aktion? Anstatt einfach mal keine Aktion machen. Ich bin ja kein Laden. Darum muss ich auch keine Aktionen machen. Riesenwitz. Fazit. Weniger machen morgen. Es gibt ja wirklich nichts hier drin zu machen. Dass es einfach nach wie vor komisch bleibt, es ist, man wacht auf. Und es ist einfach immer noch stockfeister. Das geht mir immer noch nicht so in den Kopf. Aber so Träume sind schon mega, mega, wirklich mega. crazy. Pro Nacht habe ich wirklich so zwischen drei bis fünf Träume und alle fühlen sich hyperrealistisch an. Es gibt immer wieder so Momente da innen. So kleine Freuden, die mich so verdammt rausreissen. Okay. Ich würde sagen, das Highlight vom zweiten Tag. Ich habe jetzt hier mein Mittag. und wenn ich mich nicht täusche, da habe ich ein Picknick-Ei und zu, was ich glaube, so einen kleinen Salzstreuer. sehr geil. Super geil. Habe ich schon mal so einen potenter Wasserdruck gesehen? Voll nicht. Juhu. Juhu! Das Nichtmachen klingt mir heute einiges besser, denn beim Meditieren kann ich endlich meinen Kopf abschalten. Dadurch fange ich aber plötzlich Sachen an wahrnehmen. Das ist genau das, was der Psychotherapeut voraus gesagt hatte. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass ich hinten an der Wand so ein Licht sehe. Hä? Es flackert die ganze Zeit so Licht wie ein Stroboskop. Das ist unglaublich krass. Die Lichter begleiten mich auch in den folgenden Tagen. Tag 3, 4 und 5 vermischen sich ineinander. Am dritten Tag kommt zwar noch Corinna vorbei, um nachzufragen, ob alles okay ist, aber sonst einfach täglich 12, 14 Stunden in die Dunkelheit starren. Meistens im Licken, manchmal im Stehen, ab und zu dann noch ein bisschen Sport machen, meditieren oder Atemübungen. Zusätzlich zu der Dunkelheit ist es einfach auch still. Und diese Stille wird allein durch das Ankündigen des Essen unterbrochen. Ich möchte 100 Franken, dass jetzt dann das Flötchen kommt. 3, 2, 1. 2, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 2, 1. Das ist gut. Wenn das Flötchen so klingt, dann kommen alle so aus ihren Löchern gekrohen. Also alle Leute aus ihren Zimmern. Ich höre so langsam rauszukommen. Dann fassen sie so das Tepperware fassen. Ich höre Corinna immer, wenn sie das Essen vor den Zimmern abstellt. Anhand von diesen zwei Mahlzeiten weiss ich darum auch immer, ob es morgen oder abends ist. Oft stehe ich auch einfach im Zimmer rum und fühle mich dabei, wie eine Spielfigur im Sims, die auf einen Input wartet. Das ist wie so, ich kann mir selber aussuchen, welches Jahr ich reisen möchte. Dann so. Ah ok. Ich mit 17. Zack. Ich mache die ganze Gefühlsweltität. Was habe ich gemacht? Ich mit 23. Ok. Robin. Sportstudium. Basel. Die und diese Vorlesungen. Da am Freitagmorgen Aerobic. Am Donnerstag vorher am Abend. Im Ausgang gewesen. Schon nicht, Robin. Moment, wo ich im Fussball war. Moment, wo ich Tennis gespielt habe. Match, wo ich hatte. Zack, 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 zack. So diese Klarheit von Erinnerung habe ich noch nie gehabt. Und jetzt, als ich mein Leben, meine Vergangenheit so klar vor mir sehe, denke ich mir wirklich einfach so, hey, was ist dein Problem, Robin? Du hast so viele schöne, gute, lustige Momente gehabt. Genau in dem Moment, wo ich, in dem Moment, wo ich gewesen war, voll präsent war. Das sind die Momente, wo mir jetzt als Erinnerung bleiben und als positive, schöne Erinnerung bleiben. Mind blown. Bei Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Momente, wo ich aus meinem Leben nur einmal durchlebe, ist es dann, glaube ich, auch klar, dass ich mit den wenigen schönen Seiten konfrontiert würde. Die Trauer, die ich so hatte, als Junge mir gar nicht mehr so bewusst war. Und als ich dann so in der Dusche war, sind so verschiedene Momente hochgekommen. Und ich habe irgendwie so diese Trauer gespürt. Und ich habe mega fest eigentlich für so den kleinen Robin müssen berühlen. Und es ist irgendwie in dem Moment gerade so, wie kann ich das sagen? Es hat mir ehrlich gesagt recht fest geholfen, um mir so ein bisschen Frieden mit dem zu schliessen. Wenn ich nicht gerade im Kino von meinem eigenen Leben bin, sondern während dem Meditieren aktiv nichts mache, werden die Farben und Formen, die ich in den ersten beiden Tagen gesehen habe, immer intensiver. Es ist jetzt nicht so das Gefühl, ich bin voll am Up-Trippen, aber genug fest, dass ich so merke, okay, es ist schon etwas anders als normal. Es ist auch völlig egal, ob ich die Augen offen oder zu habe. Und während ich so reden, merke ich, dass sich der Raum auseinanderzieht. Jetzt gerade habe ich so das Gefühl, dass es so eine Decke ob mir wäre, die so rauf und runter kommt. Und aus diesen Wänden kommen jetzt so eine Art Qualle. Wahrscheinlich denken wir jetzt wirklich so, ey ... Dude ... Äh ... Ich gehe jetzt besser raus. Es tut dir nicht gut. Am folgenden Tag erlebe ich dann aus erster Hand, wie mein Kopf mir versucht, einen Streich zu spielen. Ich bin mit einem schweren Gefühl auf der Brust schon aufgewacht. Und ... Es ist wie so, als würde ... ... so ... ... die Dunkelheit viel mehr Platz einnehmen und mich so ... ... runterdrücken. Hey, nein. Ich kann mich gerade selber so nicht ernst nehmen. Vorher war ich gerade noch so auf dem Boden, so am runterseuchen. Und so ... Es geht mir so schlecht. Und so einen schwierigen Tag. Dann habe ich die Kamera abgestellt. Und dann ist es mir einfach wieder gut gegangen. Und dann habe ich so gedacht, hey ... Was ... Hä? Wie kann ... Wie kann das sein? Wie ... Und dann habe ich gemerkt ... Seit dem Morgen, als ich aufgestanden war ... Okay, ja, mir ist es wirklich so ... ... ein wenig schwerer, habe ich mich gefühlt. Und dann habe ich mich logischerweise noch schlechter gefühlt, weil es so war, okay ... heute geht es mir wirklich schlecht. Und dann eigentlich jeder einzelne Gedanken auf das einzahlen. Das ist wie eine eigene Geschichte, die ich mir seit dem Morgen so hielt. Es ist mir immer ein wenig schlechter und ein wenig schlechter gegangen. Und dann habe ich die Kamera abgeschaltet, und dann war es einfach weg. Und dann habe ich wirklich gemerkt, es gibt einen Teil in einem, der einfach gegen einen selber arbeitet. Du bist so dein eigener Endboss eigentlich. So fühlt es sich an. Nicht nur die Tage, sondern auch der Schlaf- und Wachzustand vermischen sich immer mehr. So komme ich immer mehr in der Dunkelheit an und kann wirklich runterfahren. Heute an diesem fünften Tag ist das erste Mal das Gefühl, dass alles normal mich gar nicht mehr so kickt. Ich habe irgendwie gar nicht so Lust zum Essen, zum Duschen, zum Sport machen. Einfach im Moment sein ohne irgendein Bedürfnis ist so befreiend und dadurch schwappt eine grosse Ruhe und Zufriedenheit über mich. Alles fühlt sich einfach gut an, so wie es gerade ist. Mit diesem Gefühl in mir drin verbringe ich dann die letzten beiden Tage. Auch wenn ich jetzt noch etwas länger drin bleiben könnte, kann ich schon bald raus. Krass zu glauben, dass ich jetzt so sieben Tage hier drin war. Habe ich genug nichts gemacht, dass ich zu genug Erkenntnis gekommen bin für nachher wieder im Alltag? Oder habe ich vielleicht auch gar keinen Ertrag? Ist es so, ja, das war jetzt eine coole Zeit. Was ich aber sagen kann, ist, ich habe mich zu keinem Moment irgendwie gefährdet gefühlt oder Angst gehabt. Oder ich dachte, es tut mir jetzt überhaupt nicht gut. Ich merke mich jetzt wirklich so etwas nervös und einfach mega aufgeregt. Und mich auch so mega fest zu freuen, um wieder Leute zu sehen, um Gespräche zu haben, um das Leben so wahrzunehmen. Und jetzt bin ich einfach nur noch am Warten. Mein Puls ist jetzt wirklich so etwas höher. Ja. Hallo, Rufi. Hallo. Hallo. Die grosse Momente. Du bist aufgeregt. Ich bin wie so nervös und aber freudig irgendwie auch. Ich muss hier hinsitzen. Mal einfach hochkommen. Du bist aufgeregt. Aktion. Und du bist aufgeregt. Es ist so schön. Du bist aufgeregt. Ich habe die Landschaft so gesehen. Und es ist voll Winter. Ich bin wieder da und mit so viel Input wieder klarzukommen, ist überwältigend. Nach mir kommen dann alle anderen wieder ans Licht. Am nächsten Tag gehen wir noch raus in die Natur, um diese Woche in der Dunkelheit in Ruhe zu verarbeiten und beenden das Retreat mit einem Abschlussfeuer. Dort habe ich dann auch Zeit, mich mit den anderen Teilnehmenden über unsere Erfahrungen auszutauschen. Für alle sieben Leute war es trotz schwieriger Moment eine sehr positive Erfahrung. Eine der TeilnehmerInnen war sogar drei Wochen drin. Das ist schon das dritte Dunkelretreat, das Jasmin gemacht hat. Für mich war es eine der tiefsten Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben. Im Moment fühle ich mich wirklich, als wäre ich wie neu. Also das ist ganz, ganz interessant. Und es ist so subtil. Es ist wirklich so ein ganz hartes inneres Gefühl. Nach insgesamt neun Tagen hier oben ist es Zeit, mich zu verabschieden. Zuhause fühle ich mich sehr ruhig und zufrieden, wie Jasmin das auch beschrieben hat. Gleichzeitig komme ich mir aber auch wie so ein frisch geschlüpftes Bibelchen vor, das überfordert ist mit dem Tempo der Welt. Was mich erstaunt ist, wie empfindlich ich auch eine Woche später noch auf Tageslicht bin. Ich muss, wenn ich rausgehe oder etwas am PC arbeite, oder auch bei künstlichem Licht drin eine Sonnenbrille anhaben, weil es sonst für mich zu hell ist. In den Ferien und dann auch in den folgenden Wochen versuche ich möglichst die Ruhe in mir zu behalten und meine Handlungen bewusster zu machen. Zum Beispiel gehe ich ohne Handy und Kopfhörer ins Gym, damit ich keine Ablenkung habe und so mich und meinen Körper besser wahrnehme. Für mein Schlussfazit jetzt wollte ich mir bewusst noch Zeit lassen, einfach zu schauen, wie das Ganze auch nachhaltig auf mich gewirkt hat. Weil gerade unmittelbar nachher ist klar, dort waren die Erinnerungen, die Träume, die Halluzinationen plus auch das Abtauchen in meine Vergangenheit, das mir wie gewisse Muster von mir selbst offenbart hat. Jetzt aber, über einen Monat später würde ich sagen, das, was jetzt noch am meisten bleibt, ist, dass die ganze Erfahrung wie so ein Anker für mich ist, wo ich mich im Alltag immer wieder darauf zurückbesinnen kann. Das heisst, wenn ich mich dabei verwische, wenn ich zu viel überlegen, zu viel machen möchte, denke ich an die Schweiz zurück und dann löse ich das selber auf. Also es ist wie so ein weiteres Werkzeug in meinem Werkzeugkasten eigentlich. Alles in allem war es einfach eine extrem spannende Erfahrung. Und jetzt nehmt es euch natürlich Wunder, was haltet ihr davon? Und auch, würdet ihr euch so etwas zutrauen? Schreibt es mir unbedingt hier unten in die Kommentare. Und für weitere solche Videos abonniert jetzt hier den Kanal SRF Doc.